Ja, hier sind die geheimnisvollen Figuren im Sandstein. Hier war ich vor 20 Jahren schon mal. Da waren die noch gut erhalten. Mittlerweile sind die teilweise zerbröselt. Hier sitzt einer, der hat eine Flasche und Trauben in der Hand. Und hier war eine Figur, die ist total zerbröselt schon. Man sieht nur noch die Nase. Unten dran war noch was. Und hier, diese Figur. Diese Figur. Und oben sind Zahlen zu erkennen. Anno 1561. Wahnsinn, he? Ja, leider verwittert alles. Das ist so eine kleine Sandsteinfelsenwand im Wald. Wunderschön, eigentlich gearbeitet. Er ist noch am besten erhalten hier. Weinflasche, Weintrauben und einen großen Schinken. Und irgendwas da oben hat er noch was im Arm. Und einen Schlaghut auf. Ja, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, Leute. Tschüss. Tschüss.